herzlich willkommen liebe leute zu dem kleinen video das ist der san, ich bin david und wir haben eine tolle altkönig vor uns denn in den wenn wir hier herbst werden haben das wochenende vom 25. auf 26. oktober wird erstmals hier auf dem channel ein 24 dundestens adventen wir haben ein großes programm wie wir haben wir werden den 24 dundestens starten am freitag den 25. oktober um voraussichtlich 15 uhr mit einem fetten super smash bros ultimate turnier was der gute destructor organisieren wird er weiß nichts davon aber er wird es organisieren dankbar dafür dass ich sagte alle die irgendwie nur smash bros haben können sich gerne anmelden weil das wird ein großes turnier werden nach dem motto umso mehr ist es anmelden umso mehr spaß macht es und nach dem großen smash bros turnier werden wir an die restlichen setzungsweise 20 stunden wenn ich mir auch noch immer übrig bleiben ihre games hoffen was ihr als wünscht community games minecraft beispielsweise wird kommen splatoon 2 wird kommen mario kart 8 nx wird kommen mario maker mario kart 8 nx wird kommen war noch so viel mehr was kommen kann die dezento 3ds games verseilen es ja doch nicht weil meine capstar karte kaputt ist ist so was ist dann auch irgendwie machen kann aber das wird bis da nicht gehen das heißt leider keine anime crossing leider kein turnier als live gerade um anime crossing finde ich es sehr sade aber was soll's ich hoffe ihr freut euch dementsprechend auf dem 24 stunden stream vom 25. auf den 26. oktober und ich hoffe ihr seid wenn ihr die pros hat die ganze zeit aber sonst ab und zu mal dabei wird ein fetter fetter stream die mal auch in zwei party übrigens aufteilen werden weil ich finde ich weiß dass du nicht absolvieren aber das sehen wir dann ich glaube man kann er auf youtube keine 24 stunden raus bringen doch theoretisch wird es so gehen also wir werden die ersten 12 stunden machen dann eine pause von der 40 stunde und dann die nächsten zwölf stunden und dann sind zwei party gesplattet weil bis zu zwölf stunden kann youtube also ich hoffe ihr seid dabei ja am 25. oktober tor beim märz aus dem freitag schon mal vor das ist ein bisschen in zwei wochen ungefähr und ja ich hoffe ihr seid der bayern freut euch schon und kommentiert mal alle in die kommentare mit dem game was ihr gerne hätte dafür spielen weil 20 stunden ist schon eine lange zeit und ja wir sehen uns da macht's gut und ciao